So, jetzt 2. Drittel vorbei. Sebastian Walsch, immerhin noch 3 zu 1 für Walck-Reiburg. Ihr geht zum Tor, ihr bringt noch keinen Puck rein. Woran liegt es? Weil wir einfach ein dreckiges Tor brauchen. Wir wollen schön spielen, wie am Freitag gegen Pfaffenhofen. Wir brauchen ein dreckiges Tor. Scheiben zum Tor bringen und dann sehen, dass die Dinger rein haben. Kabinien-Siertel sehr stark im Tor. Der Torhüter Walck-Reiburg. Einen nach dem anderen holt er raus. Was kann man noch machen? Ich sage 2x Powerplay, Puck will nicht rein. Was kann man tun? Der Torhüter Walck ist nur so stark, wie schwach wir sind. Ganz einfach. Wir müssen einfach mehr arbeiten, mehr die Scheiben dreckig rein. Es ist egal wie. Es muss irgendwas. Der Torhüter Walck hat alle Sicht. Da hängen meine Oma die Scheiben. Das ist schwer. Ich bedanke mich. Danke für Glück im 2. Drittel. 3. Drittel. Entschuldigung. So, das war das Studio. Wir sind nach dem Spiel nochmal drauf. Jetzt kommen die Highlights des 2. Drittels. Bis später.